Feel free to go for your safety Zu spät. Wer es noch nicht gemerkt hat, der Power Tower ist gestartet. Und von nun ab kann ich euch auch nicht mehr helfen. Wir fangen vorsichtig an, wir haben Männer an Bord. Und die quietschen immer so, ganz gemütlich. Jetzt geht's los. Jetzt geht's nicht einschlafen. Jetzt geht's los. So schön mit 30. Ja, ist eine verkehrsgerückte Zone. Erstmal ganz gemütlich. Der Turm macht heute komische Geräusche. Ich glaube, was ihr überlebt, das nicht. Der Mond ist verschwunden und das Seil hat einen Riss. Nun glaub, das Nicky macht euch doch nur Chessier. Chessier! Wir werden Chessier sein. Wir werden Chessier sein. Wir werden Chessier sein. Na, na, na. War schön da oben? Ja, sicher war das schön. Das war 66 Meter oben über Düsseldorf. Und ich über Kastropaunzel. Oder Bobo Wattenschein. Oder Köln-Nippes. Oder noch schlimmer. Bielefeld. Weiter, 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 weiter. Wir machen das noch massen, massen. Junge, Junge, es ist aber auch ein Apparat. Da ist Musik in der Maschine. Dann nehmen wir mal ein Mich. Und los geht's. Und los geht's. La, la, la. Da, la, 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 la. Weil es so schön Kribbel in der Wagen gegen. Power Tower, der noch seht. Der macht die Welt, die Welt verrückt. Damit die Frisur wieder sind, wieder sind. Husch, husch. Entschuldigung, hat vielleicht irgendjemand irgendwas oben liegen lassen? Ja. Ja, ja, da müssen wir noch mal. Es nutzt ja nix. Ich fang nur eine. Denn so jung kommen wir nie wieder zusammen. Nee, nee. Und man soll die Feste feiern, wie sie fahren. Ich mach nur eine Lose. Los geht, los geht, los. Arriba, arriba. Und schon, schon. Und wann ihr so schönartig wart und wir im letzten Jahr den goldenen Block Level für Best Kid Ring in CR gewonnen haben, schicke ich euch an dieser Stelle unsere borninterne Stewardess, die Peperoni-Scharfe Brigitte. Die hübsche Faula, die hübsche Brigitte Seelmann, die Stewardess. Stewardess, das wisst ihr sicher, das sind die geilen Meider, die im Flugzeug und die vollen Kotztüten wegkommen müssen. Aber unser Stewardess Brigitte, die wirft die Kotztüten nicht weg. Nee, die hat sich was ganz Pfiffiges einfallen lassen. Sobald die Leute nämlich aus dem Fliegerhaus gegangen sind, sammelt sie die Kotztüten ein und lädt den Inhalt in diese kleinen grauen Plastikschalen. Ja, und wenn jetzt noch ein Passagierer an Bord kommen, das stellt sich eben einfach so eine graue Schale hin. Nun freuen sich die Leute, dass sie gleich was reines zu essen kriegen. Na, guten Appetit, Und schon seid ihr wieder zurück. Ich sage vielen Dank, ich sage lieben Dank und ich sage Gott sei Dank, nach vorne an den Seiten, links und rechts, nach hinten nach vorne, an den Seiten, da geht es wieder raus. Ich danke euch, macht es gut, Dankeschön.